So, hallo und jetzt willkommen Freunde. Ich glaube das ist jetzt der letzte Bild für Season 20, wenn sich nicht noch irgendwas Spannendes auftut. Und zwar geht es um den Mönch-Stunner-Bild. Wir spielen mit Ulianus, das bedeutet also mit den explodierenden Händen ist zum Starten eigentlich eine sehr, sehr gute Skillung. Vor allem auch noch wegen dem Season-Thema mit Kanais Würfel. Zeigen wir gleich, weil wir könnten ja theoretisch drei Waffen reinlegen. Von der Skillung her, explodierenden Händen ist dabei, Schlag der sieben Fäuste. Natürlich hier unser kleiner Teleport und für die Zähigkeitsaspekte einmal die Wendigkeit und natürlich die Offenbarung, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Besonders zu Beginn, wo wir ja noch nicht so viel Gier haben, wo wir noch nicht so viel Paragon und so weiter haben, bietet sich das dann wunderbar an. Für den CDR-Wert haben wir hier noch das Fanal dabei, wir haben das Snap-Talent dabei und dann noch für die Ressourcengenerierung das, was ein bisschen Spirit gibt. Also bei den Starten-Skillungen, wenn ihr ein bisschen mehr Glück habt und ihr findet vielleicht schon das ein oder andere oder startet mit einem defensiven, legendären Edelstein, wie zum Beispiel den Esoteric, dann könnt ihr natürlich die Passive dementsprechend anpassen. Hier haben wir dann die Waffe, was den Cooldown von unseren sieben Fäuste runternimmt. Ihr könnt schon sehen, ganz rechts haben wir gleich noch eine Waffe, in der Mitte natürlich den Kopf, damit die Explosionen automatisch ausgelöst werden und hier dann nochmal eine Waffe. Also wie gesagt, das ist nur in Season 20 möglich, weil das ist das Season-Thema, außerhalb geht das nicht. Es gibt uns dann auf jeden Fall die Möglichkeit, mit Ingium zu spielen, was CDR-Technisch natürlich dann relativ on point ist und die Erhöhung der Explosionswaffe können wir dann auch noch mit ausrüsten. Also wir spielen jetzt hier so gesehen mit vier Waffen, wobei eine eine Zweihand ist, ist halt dank dem Season-Thema, kann man hier auf jeden Fall ein bisschen profitieren und das Ganze auch mitnehmen. Ansonsten haben wir, wie gewohnt, das klassische Ulianer-Set, deswegen noch Starter-Set, das gibt es für die Etappen 2, 3 und 4. Den jeweiligen Abschluss, der Gürtel wäre noch ganz wichtig, sorgt noch für ein bisschen extra Zähigkeit. Dann von den Ringen her einmal Einheit, einmal Zusammenkunft der Elemente. Wenn ihr etwas anderes findet, könnt ihr das auch nehmen. Zusammenkunft der Elemente wäre halt wichtig, weil das Ganze, wenn das auf Frostschaden, Kälteschaden gespielt wird und es explodiert, während der Ring auch auf Kälte ist, dann habt ihr halt nochmal einen sehr, sehr starken Multiplier, was dafür sorgt, dass es die Gegner einfach zerreißt. Also ihr kennt das eh, Debuffs, zack und dann fällen die Sachen um. Das ist nicht nur gut für das normale Riften, sondern man könnte damit auch die anfänglichen Greater Rifts auch spielen. Also das sollte, denke ich mal, bis 90, in den 90er-Bereich, vielleicht sogar in den 100er-Bereich mit ein paar Games auch gehen. Wobei man natürlich schnellstmöglich auf das relativ neue Set aus der letzten Season wechselt wird, was dann mehr oder weniger den besten Bild darstellt. Das werde ich euch aber am Ende des Videos nochmal verlinken, für die, in der es vielleicht nicht kennt. Also spieltechnisch geht es hier eher primär darum, sich am Anfang mal in der neuen Season auf der Qualstufe von Miros 10, 11, 12 hier ein bisschen zurechtzufinden, Atem des Todes zu farmen, Gems zu farmen und so weiter. Und da ist halt eine Skillung mit Ingeom in Kombination, wo wir uns einfach nur durch teleportieren können, auch durch die Hindernisse, natürlich ziemlich gut geeignet. Und dazu noch die Möglichkeit, dass einfach alles explodiert. Kann es auch für Bounties genutzt werden, bei den Bounties ist es halt immer das Problem, generell auch, wenn ihr mit Ingeom spielt, keine Elite, kein Ingeom, seid ihr langsamer. Deswegen sind die Sachen für Bounties vielleicht nicht zu 100% geeignet, aber am Anfang ist es mehr als ausreichend. Zusätzlich bietet sich das Ganze auch an im Hardcore. Das habe ich jetzt gut getimt, weil das Passive gerade ausgelöst ist. Also im Hardcore müsst ihr auf jeden Fall hier ein paar defensive Steine mitnehmen, also vielleicht Diamantenzockeln und nicht Grüne, weil da müsst ihr auf den All-Reasy-Wert, also den Widerstand gegen diverse Zauberfähigkeiten, da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, weil das wird nämlich hier sonst relativ knapp. Ja Freunde, das war es. Ganz ein kurzes, knappes Video. Ich meine, Monk hat die meisten schon mal gespielt. Es gibt alles noch in der schriftlichen Form unterhalb des Videos verlinkt, wie wir es gewohnt sind. Sollte es irgendwelche Fragen geben, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und natürlich viel Erfolg in Season 20.